Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und die Woche 10 laut und stolz haben wir schon abgeschlossen. Die läuft noch einen ganzen Tag lang, das heißt morgen am Donnerstag können wir ab 11 Uhr dann die nächste Woche beginnen und überbrücken diesen Tag mit einem wunderschönen Multiplayer-Match, einfach mal Eroberung mit 64 Spielern. Endlich wieder Fahrzeuge, Flugzeuge, Squad Leader und alles was es noch so gibt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. So, jetzt müssen wir warten, bis wir eine Runde gefunden haben. Das kann ja immer dauern, man weiß es nicht. Nur nochmal zum Beweis, weil ich ein bisschen stolz bin. Alles abgeschlossen. Morgen geht es dann rund. Als Ziel ist dann so ein Skin-Set für die Typ 2A. Ach guck mal hier, das will ich eigentlich gar nicht haben, aber wir werden wunderschöne Aufgaben bekommen. Errichte Vorposten, 5 Barrikaden. Schon mal ein bisschen Vorspoilern. Vorposten, das wird wieder ein anstrengender Spielmodi. Furchtbar, furchtbar anstrengender Spielmodi. Gut, nee, weiter Spoilern. Wir müssen einmal abbrechen und nochmal neu suchen, wie immer. So. Und dann findet man manchmal einfach sofort eine Runde. Ist immer gruselig, wie das hier abläuft. Mit dem Rundensuchen. Hopp, da ist es. Ich wollte jetzt gerade eben die Aufnahme beenden. Und dachte, Mann, nochmal von vorne anfangen. Pazifiksturm. Oh, jetzt kommen wir wieder auf den Inseln. Das gibt es doch gar nicht. Ich hätte mich jetzt mal wieder über eine andere Map gefreut. Aber was soll's. Wir werden alle Maps noch tonnenweise spielen. Tägliche Aufgaben. Fünf Kameraden. Ein Schuhgewehr. Schaden mit einem Panzer machen. Wie gesagt, hier gibt's ja wieder alles. Hier gibt's Flieger. Hier gibt's ja... Ach, hier können wir wieder richtig genießen. Das konnten wir vorher auch. Team Desmatch hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Muss ich zugeben. Äh, äh, äh. Erobere und halte die Flaggen. Ich würde sagen, das ist der Spielmodi. So. Snipen, da hab ich Bock drauf heute auf jeden Fall. Oh, ist rekenfliegerfrei, nehm ich. Oh, ich hab Fliegen vermisst. Oh, wir sind aber hier. Wir hatten genügend Ziele eingenommen, um diesen Kampf zu kontrollieren. Oh, das Häuschen hier wegmachen. Uh, hab ich's gemacht. Wir haben Ziel-Dora eingenommen. Ey, ich scheine in einem Team zu sein, was für mich so übel ist. Glück für mich. Antenne. Anderes Flugzeug. Ja, der ist so ein unendlich Hinterherflieger. Direkt zum Start. Boah, was für eine Szene gewesen. Über, über krass. Boah, was ist das denn? Über zehn Sekunden warten, ey. Das sind so, so undankbare, ne? So undankbare Wartezeiten. Oh ja, ich hab jetzt ein ganz doofes Gefühl. Ich glaub, ich muss die Runde abbrechen und das Spiel einfach beenden. Aber sie läuft ja erst ein paar Sekunden. Immer mit der Ruhe. Du bist ja ein bisschen halb Kollege. Ah, fuck. Nur eine Niederhaltung. Den wollt ich mir wieder zurückholen. Sonst brauch ich meinen Wiedergutmachungskill. Die Entdeckung. So. Markiert hier gar nicht richtig. Ich glaub, ich markier hier die Stelle. Ruhig, mach ruhig. Für dich gemeint. Ich bin ja nicht gesichtet. Okay, man merkt schon. Die Übung ist flöten gegangen. Hä? Ich glaub, ich schieß viel zu hoch. Wir haben Zielfriedrich erobert. So viele. Da ist er noch drin. Mal hier. Da ist er noch. Okay, glaub mal nach. Zwei Panzer verpetzen. Der ist da noch drin. Ich seh ihn am Laufenden bei uns. Aber untreffbar irgendwie. Da. Gibt's doch nicht. Ich glaub, der Sani hat sich den geholt. Okay. Was jetzt fällt, Bäbel? Gibt Befehle. Wir haben Ziel Dora eingenommen. Das wird für die Gegner ganz schön eng hier, ne? Oh, Gott sei Dank mal ein Hit, ey. Ich dachte, ich schieß hier Platzpartei. Boah. Halme down. Ach, blut. Ich schieß dir die ganze Botanik kaputt. Zurück ziehen wir rum. Ja, mach mich schon glücklich. Das reicht mir gerade erst mal. Ah, scheiße. Kurze Situation. Viel zu hoch. Oh. Endlich. Oh, der stand ja auf dem Berg. Ganz heroisch. Er wollte es nicht anders. Und 10 Kills in Bauchlage machen. Das ist immer noch eine Aufgabe hier. Scheiße, den Dummen. Boah. Der rennt nicht weiter. Ich hätte sich ein anderer gewollt. Das ist gut. Ich werde beschützt, sozusagen. Oh. Das habe ich gesehen. Ist wieder so die Situation wie gerade. Das ist unmöglich. Guck ich sogar noch dabei zu, wie er mich erschlägt. Ich dachte, das wäre der andere Kollege. Boah. Ja, wir haben die Oberhand. Würde ich auch mal so bezeichnen. So. Krabbel, krabbel, krabbel. Viele Spawnmöglichkeiten haben die ja nicht. Ach, komm, Gebüsch. Oh, eine geile Posi. Palme. Zu hoch. Ich schieße die ganze Zeit zu hoch. Was ist das denn? Das sind doch gute Schüsse. Die ersten gerade waren zu hoch, aber der andere hat doch getroffen. Oh, hier muss man auf den Körper schießen. Ich weiß, wenn... Wenn ich hier gesichtet bin, bin ich schwer aufzuklären. Hier im Gebüsch. Mit Sicherheit. Lass ihn mal, lass ihn mal. Soll ich nicht so schnell vorbeigehen? Wenn ich so einen Mikro-minimalen Erfolg habe. So, wo ist er? Da läuft ja einer von uns. Kann ich verschwunden sein? Ja, da sind sie. Im Kämpfen. So, wo bist du? Das ist doch eine geile Sniper-Pose hier. Ernsthaft? Ich treffe das Palmenblatt. Ziel Bertha ist jetzt in unserer Hand. Das ist Glück gehabt. Der hat echt Glück gehabt. CD haben sie noch. Was ist mit ihm da? Entschuldigung. Der war schön, aber warum trifft denn nix? Konzentriert euch. Wir verlieren Ziel Emil. Boah. Ernsthaft? Wir haben Ziel Emil verloren. Gute Gustav. Oh. Na, sie sind schon weite im Fernsehen. Mach' doch einen Schritt nach vorne. Gute Arbeit. Ziel Dora gehört uns. Er ist tot. Nee, der schwimmt. Nee, der schwimmt. Das ist einer, die, ne? Seht jedenfalls so aus. Na, es sind zwei wehren das ja auch. Ja. I'll be back. Wir haben ja wirklich wenig Tickets noch. Aufpassen. Wir haben Ziel Bertha verloren. So zehn Kills in Bauchlage ist relativ machbar, aber die Runde so kurz ist dann nicht, ne? Ist klar. Ich hab' ich echt schlecht eingeschossen. Alter. Alter. Der Feind hat die Kontrolle über die Schlacht. Er erobert seine Ziele. Er braucht nur den falschen Schritt machen. Oh. Weiter du. Wer hat das fast geschafft? Der Mann des Glücks da, ehrlich. Baut er gemütlich Panzersperren auf. Auf der Mitte ist worden. Das Scherpetzt ist meine Position. Ach, der hat das Geschütz da. Scheiße. Ich will ziehen. Wie hat er mich denn jetzt noch gesehen, Alter? Wir haben Ziel Bertha, Herr Oberst. Wir haben Ziel Antworten nochmal. Schützt nach. Muah. Müah. 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 sehen ja Das ist gerade Stufe 3 geworden, mein Flieger, ne? 5-5, guck mal hier. Ganz was zum Heulen ist es noch nicht. Schöne große Gefächte. Ah, ein Büchchen so machen. Ah, gut. 2-1. 2-1. Ein ziemlich krasser Sieg. So ein bisschen übertriebener Sieg. Oh, noch geschafft. Ja, das sind die Befähigungen hier. Den versuche ich hier anzustreben. Iwo Jima. Warum landen wir denn jetzt auf den Inseln? Gibt es nur noch diese Maps? Gibt es keine anderen mehr? Gibt es nur noch die Befähigungen hierzu? Gibt es nur noch die Befähigungen hierzu? Oh, noch Japaner. Oh, oh. Der Turm da, der ist meiner. Der Suizid-Tur. Na und auf. Ja. Feindseitig, scheiße. Ich hab's ja nie ausprobiert. Unsicherer? Unsichtbar. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten eliminiert. Er ist weg. Nö, ist noch nö. Zu viel, zu hoch. Ich kenn ihn auch gar nicht. Triff ich das Geblieb... Was ist denn mit den Essen los hier? Fliegt über ihn. Fliegt über ihn. Trifft nicht. Interessant. Ich treffe irgendwas, aber nicht das, was ich treffen will. Ah, der liegt an. Ich hab ihn gesehen, noch daneben. Einfach cool bleiben. Zu viel, zu tief. Viel zu hoch. Ich glaube, er ist gar nicht mehr. Ich schieße natürlich einen durch. Irgendwie auf andere Ziele. Jetzt sitzt da wieder einer drauf, oder? Ich seh ihn ja. Das sind zwei, die da sitzen. Jetzt schießen wir. Zu hoch. Was ist denn mit den Leuten da? Ach, das sieht doch aus wie ein Spieler. Das ist das Geschütz. Oh, das ist weit. 600 Meter, ey. Kann ich nicht mal mehr an Panzer melden, auf der Entfernung? Das kann halt mehr Lust, am Geschütz zu stehen. Kann ich nachvollziehen. Das sieht aus, wie wenn so ein Panzer vor so einem Spieler wegfährt, ne? Wie so Katze und Maus. Nur umgekehrt. Das ist viel zu weit. Ich hab ja völlig meine Ruhe, ey. Voll entspannt. Ja, da gibt's ja Befehle. Schön, aber... Auf der Distanz. Ich treff, wenn ich Glück hab. Aber dann nur auf nicht bewegliche Ziele. Gut, der war schon gut eingeschätzt. Der war scheiße eingeschätzt. Der hat meine Miederhaltung bekommen. Muss meine Kugel ja schon eine Zeitreise machen. Hier, hier, hier. Geht er nicht. Zu weit weg. Gute Arbeit. Wir haben viel Thäser übernommen. Boah, zu hoch. Ich will die 10 blöden Bauchkills jetzt machen. Bauchlagenkills. Aber auch noch 15 Schuss. Auf, sauber. Auf, sauber. Ich will sie hoch. Präsentieren. Scheiße, meine Munizie. Ah, nur ich würde zum zweiten Mal jetzt. Oh, 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 oh. Ich brauche Munizion. So. So. Warum lädt denn mal nach, wenn ich dich brauche? Scheiße, langsam ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Sieben von zehn. Zwei Schuss noch. Dann ist das schon unmöglich in dem Moment. Ich würde herausfinden, dass ich schon seit Ewigkeiten anstrebe, aber irgendwie nie so durchziehe. Wir haben Zielwärter erobert. Das ist Gottnieder, was loskommt. Das ist natürlich top, wenn ich jetzt Gottnieder wäre, dann kann ich mir erstmal einen Abwurf geben. Nein, ich wollte nicht schießen. Das ist mir abgerutscht. Vom wo? Außer Seen immer in die Richtung geschossen. Da kommen die ganzen Landwurzboden, die gar nicht echt sind. Eine Kugel. Vasili-mäßig. Oh. Das ist ja fast sogar ein Traum. Wie geil ist das zur Mitte. Oh, sehr unauffällig vor allen Dingen. Hat bestimmt keiner gesehen. Also weit. Ein bisschen sehr weit. Aufpassen. Ziel Cäsar ist verloren. Ach, ich war so aufgeregt. Zu hoch. Zu viel sogar. Hat er denn da vom Endeffekt die Panzerschwerrenbord? Ein paar Pümchen da. Schießt er denn auf mich? Boah, das war doch ein Handy. Na, jetzt haben sie mich so auf dem Schirm. Ah, er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Schade. Schade. Wir versuchen ein bisschen. Ich hab ja mutig so eine liegen. Oder brauche ich so ein bisschen wieder Luftverschrungen. Oh, da ist er. Der Sniper zerschossen. Kann das sein? Er ist auch so beigeflogen. Ich hab's gemerkt. Glücksschuss. Höhle rein. Ja, ich trifft die Flagge, ne? Komm, kurz zu dem ist mal hier auf der Front. Jetzt sehe ich wenigstens die Gegner. An alle Einheiten. Trilberta ist für uns verloren. Also, der andere ist aber kein Bock mehr auf mich, ne? Und ein Ding. Da sitzt wieder einer drin. Oder? Ein Kill noch. Ein Kill in Bauchlage. Alle Schmierer sind weg. Das ist doch da ganz, 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 ganz hinten. Das ist 300 Meter, ne? Scheiße einschätzen durch die Höhle. Sparte die jetzt, glaube ich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so lange rumlümmeln darf. Oh, das war doch ein Headshot, Alter. Der eine Kill hat noch gefehlt. Das hätte ich in neun Kills drauf gemacht, auf den Fakturen. Ich habe schon mal einen Panzer, aber ich will jetzt keiner. Ich versuche nochmal hier. Also, das ist ein bisschen doof. Ein bisschen sehr, sehr selbstmüde. Das sind alle Einheiten. Wir haben viel Antons verloren. Ah, ja. Das ist jetzt auch... Wer sich freut. Wenn ich ihn schon zweimal erwischt habe, ja? Und ich so doof bin und dann nochmal hochgehe. Und C. Das muss sein, was muss sein, ne? Was soll ich mich mitlegen? Wow. Wir haben Zielfriedrich erobert. Mittendrin. Das ist nicht gut. Das war kein Kill in der Bauchlage. Das geht ja zurück auf den Turm. Ich denke nicht, dass der eine Sniper da nur sitzt. Ich bin mal so doof. Bist du denn Tümpchen da? Die sehen dich ja beim Hochkraxeln. Das ist das Problem. Ziel Emil gehört jetzt uns. Ah, ein Schiff. Na klar, wir waren gerade höher. Blödsinn. Ein Kill in Bauchlage. Spitz der Höher. Wir haben Zieldorger an bei uns. Das ist schon eine Leiche wahrscheinlich, ne? Reicht ja auch, einen Angehitterten zu treffen. Ne, der hat sie bewegt. Ne, der ist tot. Reichtenschönung. hacer damit. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ja, der will oben fahren. Schiff! Boah, sieht ja krass aus mit den Querschlägern. Da ist keiner drin. Also es ist bestimmt keiner da drin, den sehe ich aber nicht. Ich brauche jetzt diesen einen Kill, ne? Wir haben noch genug Tickets, aber das will irgendwie nicht passieren. Panzer, mach mir Sorgen. Ich gucke in meiner Richtung, blöder Panzer. So, jetzt achten wir auf F. Ungeduldiger Schütze, ey. Aber, das sind erst die 10 Kills. Ich muss auf 2 machen, in Bauchlage. Ich bin so angespannt, wenn ich so eine Kapp-Mission versuche. Aber dafür haben wir jetzt nicht eine Runde. Wir haben jetzt unendlich Zeit, sozusagen. Aber die Bewegung war ja gerade abgeschlossen. Das hundert mich so ein bisschen. Er fährt den Oberzug von meinem Squad, also von einigenfalls. An alle Einheiten. Wir haben viel Cäsar verloren. Ich weiß nicht, wie lange der markiert ist. Nicht lange, glaube ich. Wir haben Ziel Emil erobert. Gute Arbeit. Wir haben Ziel Friedrich übernommen. Liegt die ganze Zeit irgendwie... Aber sie würden wahrscheinlich Sandsäcke sein. Von mir aus, sieht das aus wie ein Soldat, der liegt. Fächer! Und das spawnt aber auch immer einer. Das muss doch einer sein. Aber wieso sollte der da 20 Stunden wiegen? Wir haben Ziel Bertha verloren, Soldaten. Bam. So. Wäre auch langweilig, wenn man so rumliegt die ganze Zeit, ne? Aber... Manche Treffer sind schon geil, ne? Aber es sind ja Herausforderungen, die will ich meistern. Wir haben ja einen Tag... ...dazwischen, vor den nächsten Tides of War. Da liegt auf jeden Fall einer. Ne, der leidet, der klebt... ...durch ist tot. Viel zu hoch. ...durch kommt irgendwie gar keiner mehr lang. Ich muss jetzt den einkillen. Ich muss wissen, ob... ...das weitergezählt wird... ...oder ob die Aufgabe damit abgeschlossen ist. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das ist ein Panzer, ne? Mal wieder mal einen Sandsack auf den Schieß. Hm, die Panzer, die immer hierher kommen. Wo ich bleib? Der muss doch hochkommen. Da. Keiner mehr gezählt, was ich jetzt ein bisschen seltsam finde. Oder in meiner Berechnung haben da welche gefehlt. Boah. Der alten Lackers. Ist ja eigentlich noch ein Helm gewesen. Genau, ja, ist er tot. Der Helm ist gekommen! Dugudu-dugudu. Die Flieger freuen sich, wenn es ein Markier ist. So hügelig. Aber für Japaner geht es heute, ne? 13.3. Ab und zu waren Panzer halt sauer. So. Ich muss nehmen wir ein F. Geht nicht. Zurück weg. Dann hab ich endlich immer wieder ne Aufgabe abgeschlossen. Ich hab noch mit der Trombuccine, oder wie die heißt, da hab ich auch noch, äh, Aufgabe. Entschuldigung, die würde ich auch gerne abschließen. Schaden am Panzern machen. Oh, ich hab viele Punkte. Das ist eine kratze Übersicht, wir haben, ey. Das Schlachtfeld. Na ja, zieh dich vor mir. Das ist ja dumm. Ich hab' hier nicht mal die Einschläge. Das war kein... Kein Sniper-Schuss, das passt halt so gut. Ich hör' die A-Tele überleinen, Alter. Wie krass das ist. Aber ich hör' die Einstiege und seh' die gar nicht. Jetzt vergessen. Mit jeder Haltung, sogar getroffen. Ich hab' hier nicht mehr. Ziel Cäsar gehört uns! Unentdeckt. Ich sehe nichts! Komm, gemütlich mit seinem Jeep der Huckel juckelt. Wir haben Ziel Cäsar verloren! Wir haben Ziel Cäsar! Oh, da kannst du ja mal Glück haben. So, was sitzt denn da drin? Was ist da denn weg? Kann das drehen? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn Ding? Also es kommt auf jeden Fall ein Rifle raus. Ein Rifle! Ein amerikanischer Timor. Ja, was ist eine einfache Zielscheibe? Keine Angst. Wir haben Ziel, Emil, der Obersoldat! Nein. Gleich haben wir es geschafft. Wir kommen gut voran. Da bin ich gut versteckt hier dann. Jetzt nicht mehr. Aufpassen Soldaten, sonst verlieren wir Ziel Friedrich. Ist eh im Bunker drin. Boah Alter, was kriegt der ab? Reaktion. Wo ich selber nichts mehr sehe. Das ist hier. Der Entständer. Boah, ne. Ein Panzer von mir, den? Das ist so. Alles klar! Das ist hier. Das ist das. Ich habe mich nicht zuerst nicht zuerst. Aufgabe erfolgreich. Wir sind die ganze Zeit nur oben rumliegen gewesen. Aber es ist da, man muss zu campen. Und das sehen alle jetzt, muss ich überlegen. Der Typ, der die gesniped hat, ist einer der besten. Oh komm, jetzt lädt es nicht, oder was? Wichsspiel, ey, ehrlich. Ja, was war da oben angenommen? Schöne Überraschung. Das war unser erster Feindabschluss. Achtung, das Feind kontinuiert mit allen Zielen. Oh, Überraschung. Ich habe einen Passagier dabei. Hey, Seki, das. Vorsicht! Und das geht. Der wird es. Der Feierabschluss! Das soll ich machen. In einer Runde 50 Schaden an Fahrzeugen, das war jetzt schon fast erfolgreich. So. Yes. So viele Explosionen, man sieht gar nichts. Das ist jetzt eine Ecke, das wollen wir überall. Wir können das Blatt immer aufwenden. Die Typen hat 2A. Da haben wir unsere Tickets. Jetzt. Zack. Oh, da wäre der Panzer jetzt gewesen. Oh, komm, bitte, bitte schaff's. Nein. Was ist denn los, ey? Oh, ein gegnerisches Fahrzeug, Mann. Oh, klären die alle auch auf. Die wird eingenommen. Wir schlagen zurück. Die ganze Zeit mit Granatwäfer. Halt still. Ich bin ja da. Ja. Die müssen die denn jetzt an die Überlegung. Herzlichen Dank. Danke. Okay. Ciao. Ich schenke euch, Mutan! Reine scheiß Muni! Wir müssen das Ziel da da oben! Hier, falls du erste Hilfe brauchst! Ja, alle brauchen die erste Hilfe! Jetzt kommen wir aber jetzt! Nee, zu weit! Ach, kack, Baum! Ist er noch verloren? So! F haben wir verloren, Scheiße! Wir müssen nur auf Fahrzeuge ballern! Kette, da ist Kette! Das ist unsere! Das war gut! Das war gut! Ich schieße doch mal! Ich schieße doch mal! Ich schieße doch mal! Okay! Ist doch einfach ein Fahrzeug mit einem Granat, wer fährt, um zu schießen! Wir haben Ziel Cäsar erobert! Eine blöde Situation! Jetzt sind wir am... Beteiligt B! Vorwärts! Erobert! Erobert das Ziel dort! Boah, ich weiß nicht, wo wir laufen sind, ne? Boah, jetzt sind wir da alles weg! Ziele Emin ist für uns verloren, Soldat! Achtung, wir haben Ziel Dora verloren! Ne! Keine mal drin! Oho, ein Sniper! Boah! Und Granate explodiert neben denen! Null Damage! Null Damage! Oho, wir haben ihn getroffen! Wir nehmen die Granatwerfer hier! Oho! 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 Andere." Oho! Oho! Gibt er noch? Nee. Boah, ist das weit. Ist wohl nicht da, ne? Muss doch versuchen, den Flieger zu erwischen oder sowas. Kommen wir nicht an den Panzer dran hier. Boah, wer ist das? Hat kaputt das Fahrzeug. Ist da irgendwelche Entdeckungen hier drin oder so? Wie auch? Nur so am Strand lang. Weiter kann man nicht. Tausend Sniper, ich sehe mich jetzt. Muss ein Fahrzeug erwischen. Oh, da ist er. Jawohl, endlich. Aber ich habe eine Aufgabe abgeschlossen. Juhu. Aber nicht die komplette, oder? Achtung, Ziel Cäsar ist verloren. Einfach mutig durch den scheiß Nebel rennen. Ich muss werfen. Das ist ein japanischer Panzer, mit unseren, mit unseren Händen. Scheiß! Lass ihn da! Erroberen wir dieses Ziel! Ziel denn nicht! Bearbeitet, wir haben Ziel Cäsar übernommen. Kann ich die sehen? Wer trifft da? Nix. Boah, da gibt's Zeug. Da holen wir jetzt. Da holen wir jetzt. Da ist die Person wahrscheinlich besser jetzt. Da holen wir jetzt. Da kommt jetzt hier rein in den D, Mann. Sieht gut aus. Alle Gegner mehr, oh? Wir kontrollieren alle Ziele. Wir verteidigen das Ziel da. Wer hilft hier? Aufpassen, wir haben Ziel Friedrich verloren. Sie haben keine Schlau. Liegt irgendwie ja nicht, ne? Das haben wir ganz gut gemacht bis hierhin. Wir haben Bock auf Auto gehen. Charlie nimmt's ja schon wieder ein. Das sind 50 Punkte in einer Runde. Also das ist schon hart gewesen, muss ich sagen. wenn der Map auch so groß ist, ne? Ich reparier dich. Oh, guck mal, ey. Wie übertrieben. Wie übertrieben die einfach töten können. Und du lässt den explodieren eigentlich und da passiert nix. Und du lässt den explodieren. Was? 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 Eigentlich schwarzen. Bleib, bleib, bleib. Bleib, bleib, bleib. Und spannend. Nicht. Jetzt haben wir nur noch A gleich. Ich kann überhaupt so weit ballern, ey. Wir haben viel friedlich eingenommen. Vordere Artilleriebeschuss an! Ich bereite auf dem Weg zu euch. Wir haben viel besser verloren, Sonder. Der Bäm. Gleich dein Wunder, wenn ich mal was treffe. Ich muss Fahrzeugschaden machen, verdammt. Ich muss wissen, ob das... Seid wachsam! Seht ihr das? Wir haben Ziele eben hier verloren. Was ist das denn? Tot. Lieber da, komm! Wir gewinnen noch! Wir haben es fast geschafft! Boah, Entschuldigung. Ist ja nix. Ich werde sofort gemessert immer, weißt du? Und ich hau' einmal mal zu. Wir sind los. Lass uns mal versuchen. Und rein. Nein. Na jetzt sowieso nicht. Ende. Das war schön. Guck, sogar erledigt. Das holen wir uns noch ab. Echt geil, ey. Was Goldenes. Viele Hallo. Da knack ich schon so lange an den Aufgaben und mach heute zwei. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. das ist so ein goldenen Ding da was für die Sniper was denn offene Visierung boah geil ey wollte ich ihn immer mal haben geil dann guck mich aufträglich wieder neu nehmen bis dann